Folge 210 von Simotrans. Wir sind auf der Suche nach dem Zug, der unsere Klamotten zum Dingster-Boomster bringt. Ich sag schon, äh, äh, Chemiewerk war das, ne? Wer bringt denn hier jetzt die Ware hin? Das ist die Frage. Chemiewerk, genau. Kaliberwerkölfeld, oh, beim Baustoffverpackungshersteller. Stopp mal. Das Salz war das. Doch, das muss ja hier hin. Kaliberwerk ist angeschlossen. Sonst wäre da ja nicht der braune Hügel. Also, irgendwo muss das Schüttgut herkommen. Dieser Zug kann aber kein Schüttgut befördern, oder? Stückgut, wer nicht. Gut, aber wir müssten ja jetzt hier den schließen und den öffnen. Dann müssen wir an der Connections, da steht's ja. Waren, die hier angeliefert werden können. Öl und Salze. Stückgut, Kohlemine, KKW. Öl. Also ist es der, der das mitbringt. Wo steht der denn? Okay, der fährt natürlich jetzt noch mit der Kohle durch die Gegend. Der wird es sein dann. Mach das mal zu hier gerade. Und wir verfolgen den mal gerade. Der ist jetzt da. Und der hat jetzt nichts mit. Das ist auch klar. Wir fahren mal schnell zu dem da hinten hin. Der fährt jetzt zur Kohlemine, ne? Ist nur die Frage. Der holt jetzt wahrscheinlich nur die Kohlen aus dem Feuer, beziehungsweise aus der Mine ab, ne? Kann das sein? Also das ist nur ein Zwischenhalt, den er da macht. Okay. Und da hat er wieder Kohle drauf. Ja. Wahrscheinlich wird er immer nur Kohle fahren und nie Salze. Nochmal einmal gucken. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal auch mit dem Salz. Aber das dauert mir dann zu lange, wenn er das jetzt nicht noch holt. Er hat wieder Kohle. Und das Kohlekraftwerk braucht immer Kohle, ne? Und wenn wir gleich da oben sind, dann können wir einmal gucken. Oder wir können auch mal hier gerade aufmachen. Also Kohle hat ja auch. Guck mal hier, Koks kann man ja auch machen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir Koks kriegen. Das wäre die nächste Warenkette dann. Max-Messinger, achso hier, das ist ja die Kohle, die gebraucht wird. 95 ist, glaube ich, das, was, ne, 4.960 liegen da hinten wahrscheinlich und sind unterwegs dann, ne? Lass mal gerade da hinfahren. So, und wenn du jetzt hier drauf gehst, siehst du, dass hier diese Tonnen von Kohle da sind, oder? Ne, sind gar nicht so viele, okay. Aber die werden immer produziert, ne? Und 132 nimmt er mit. Und er nimmt wieder nur Kohle mit, ist klar, weil er das hier immer abbaut. Das bedeutet, wir können ja das mal so machen, weil er ist ja sowieso immer permanent am Fahren und es ist nicht genug, was er fährt. Und ich glaube, wir können mal hier hingehen und können da mal schauen, dass wir hier, wo auch wunderbar gerade das Depot ist, einen Zug da drauf setzen. Und dann machen wir mal einen besseren Kohlezug dann da drauf, weil der kann auch ausgemustert werden in dem Sinne, wenn er leer ist. Lok. Unser Lieblings-Lok momentan. Und Waggons für Schüttgut. Komm, nehmen wir gerade die Salze oder Kohle, was da als erstes erscheint. Salze sind da. Kohle erschien zwar als erstes, aber naja. 22, 28 Tonnen, okay. Okay, der hat 57 Tonnen. Und wie schnell fährt unser Lok überhaupt? 160, das heißt, wir könnten, sollten auch diesen nehmen, weil der schon der schnellste mit ist. Eins, zwei, drei, vier. Ach, Haltlänge, fünf hatten wir, ne? So. Und dann würde ich jetzt sagen, schmeißen wir den auf die Linie Kohle-Mine-KKW. Kohle-Mine-KKW. Und starten den mal. Der fährt hoffentlich erst zur Kohle-Mine. Ne, fährt er nicht. Das ist dann. Das ist da, genau. Und da soll er ja auch als erstes hinfahren. Wie komme ich denn da jetzt hin? So, okay. So, das macht er jetzt. Und lädt dann da. Will ich hoffen. Und der kann richtig was mitnehmen. Das heißt, den anderen können wir gleich ausmustern. Er hat jetzt nur die Kohle mitgenommen, oder was? Na, da sind 457 Tonnen Kohle erliegend. Der ist noch voll. Wo sind das hier Fahrzeugdetails? Genau, ausmustern. Und dann müssen wir überlegen, den noch zu duplizieren werden. Ja, kann man definitiv machen, oder wie sehe ich das? Hm. Hm, hm. Hm. Wo ist denn der? Achso, da, okay. Dann fährt er gleich rechts rein, ne? Ja, da ist es. Und weg ist er. So, er fährt jetzt mit 400 Tonnen da durch die Gegend. Hier kommt jetzt nichts nach, ne? 707 Tonnen steht jetzt gerade. Jetzt lass mal schneller laufen und gucken. Was passiert denn, wenn er da jetzt gleich abholt? Eigentlich muss er da doch gar nicht rein, von dem Borgart reingefahren ist, oder? Ich weiß gar nicht, warum man da noch reinfährt mit dem Schüttkut. Andere Gründe. Da ist gerade ein Kohlezug da, der aber auch rausfährt. Okay, der Weg ist frei. Und, was nimmt er jetzt mit? Leider 66 Tonnen noch drüber geblieben hier. So, das bedeutet, wir fahren nochmal eine Runde. Ich bin jetzt gerade im Müllingen. Da war doch gerade ein Kohlezug, der noch Kohle geholt hat. Der fährt doch dann da auch lang, oder was? Hier unten ist er. Da unten rechts. Machen wir vor Folgen aus. Bringt der da auch Kohle hin? Ach, da war einer, der da auch Kohle hingebracht hat. Da gibt es noch eine Linie. Nicht nur eine. Sehr interessant. Okay. Das bedeutet, wir müssen gleich, wenn er da raus ist, mal gucken, was für eine Linie das ist, die da die Kohle hinbringt. Kohle, Erz. Kohle, Miene, Südostwald Bahnhof. Altes Kohlegrafer, alte Maschinenfabrik. Braucht jeder in einer Kohle? Oder sowas ähnliches? Glaube nicht, oder? Waren, die hier angeliefert werden können. Das ist, also der Weg ist jetzt absolut unnütz da. Wieso der da, diese Strecke so fährt, weiß keiner, ne? Ja, das bedeutet auch, dass da, wenn da jetzt gleich nichts ist, ne? Ja, dann ist ja der vierte Bahnsteig hier besetzt, oder? Kann das sein, wenn da gleich einer kommt? Könnte sein, ne? Aber warte mal, diese Linie, die hier ist, die können wir ja auch nochmal aufrufen. Der Fertmaschinen, Chemiewerk ist extra. Und der Rest wird hier von dieser Linie auch angefahren, ne? Also, ist doppelt gemoppelt, sozusagen. Ich glaube, der ist der erste, der jetzt gleich da ist, oder? Weiß ich jetzt aber gerade nicht. Ne, ist noch ein anderer, der da vorher kommt. Und der kriegt nicht genug Kohle, wetten? Der fährt aber. Der fährt immer. Die haben keine Beladung, Mindestbeladung hier. Was ja dann auch Sinn macht, vielleicht. Aber diese kannst du dann wegtun. Die brauchst du doch gar nicht, oder? Der fährt doch jetzt mit keiner Kohle dahin, oder? Ja, der fährt jetzt leer. Das bedeutet für mich, dass wir den hier definitiv ausmustern können. Das ist ja jetzt der. Und bei dem müssen wir mal überlegen, was wir mit dem machen. Weil der fährt da auch hin. Und der hat jetzt natürlich nur Salz geladen. Für rübergehend wäre das jetzt natürlich okay, aber wenn er, wenn jetzt das Kohlekraftwerk nichts fordert. Schwierig, ne? Die müssen jetzt erstmal unterm Schnitt wiederkommen, sozusagen. Ja, also Kohlemine starten sie. Und Maschinenfabrik und Südostwald Bahnhof kommen sie auch vorbei, ne? Kohlemine. Radexen Südostwald. Radexen Südostwald. Radexen. Altes Kohlekraftwerk. Fahren sie beide dran. Und dann haben wir hier alte Maschinenfabrik. Die haben wir hier unten auch, aber wir haben den Zwischenstopp noch am Chemiewerk. Den wir ja auch brauchen. Also bedeutet das eigentlich, dass dieser hier auch über ist. Ich glaube, den muss dann mal gleich aus. Weil das macht der dann mit. würde ich sagen. Irgendwann fährt der ja auch die Kohle dann wieder. Wenn hier wenig ist. Also weniger ist. Das ist nur die Frage, ob der irgendwann noch Plus macht dann. Der macht ja auch schon Minus. Wo ist der? Da. Lass mal schneller laufen. So, jetzt ist der leer, ne? Ja, komm, zack. Ausmustern. Möchte ich nicht mehr haben. Linie können wir löschen. Alles ist gut. Weil der macht das ja. Das können wir schließen. Das ist da. Da gibt es jetzt gerade keine Kohle und da gibt es auch keine Salze. Da wird gerade alles abgeholt, bis auf die Post. Kohlekraftwerk hat jetzt 6.177. Ich weiß nicht, wann es wieder angeht. Wahrscheinlich ab 4.960 erst, oder? Jute Frage, ne? Ja. Ja. Wo ist denn der, dass der die Salze... Achso, die Salze bringt er auf den Rückwichter erst hin. Naja. Lass mal gerade schneller laufen. Ne, nicht mehr verfolgen. Ich will jetzt gucken, dass hier produziert wird. Farben laufen. Und die bringt er doch durch die Gegend, oder? Ja, da sind die Paletten ein Stück gut. Sind die Farben. Hat er hier irgendwie auf dem Fahrplan eine Begrenzung? 100% voll. Das wird nie passieren, weil die drei letzten Anhänger werden ja nicht voll, oder? Ah, ja. Das waren Maschinenbauteile, ne? Gibt's die denn noch? Oder das ist die Hütte? Chemikalien und Farben bringt er da nur hin. Ach nee, doch, das ist Stück gut alles, sehe ich gerade. Packt er ja doch drauf. Okay, dann ist das ja okay. Dann läuft das ja. Immer 10er Pakete kommen da auf dem Anhänger. Alles gut. Oder? Jetzt fährt er gleich das erste Mal wieder los. Jetzt geht die Reise nach zig Jahren mal wieder los, oder? Ah nee, 10er fehlen noch. Jetzt läuft das auch mit dem Ölverhält wieder und so, ne? Das ist doch schön, oder? Zu sehen. Das Schiff wird jetzt doch beladen hier, oder? Ist schon weg. Schon unterwegs. Fuhr das hier nicht so direkt zum Hafen, irgendwo? Ah, da unten ist es schon. Motor. Ah, das ist schon das Öl. Hat das ein Schleppkarn? Nee, oder doch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist der Öl drauf. Ja, ich wollte jetzt den Zug haben. Der hat 35 Tonnen Mineralöl, äh, Kubikmeter und kriegt jetzt gleich noch mehr. Okay, aber ist noch nicht voll. Aber ist so weit, dass es läuft, würde ich sagen. Er hat abgeliefert beim Baumarkt. Beim Baumarkt. So läuft diese Fabrik. Stahlbretterverpackungsmittel. Wo war unsere Warenkette zu Ende? Das ist die Frage, warte mal, den können wir zumachen. Wo war das? Das ist hier. Das ist da, wo ich gucken wollte. Chemikalien, 59 Farben, das läuft. Wer ist denn Abnehmer? Verpackungshersteller? ist hier. Kommt vom Chemiewerk was an. Und die kriegen dann die Verpackungsmittel, ne? Sehr interessant. Die müssen jetzt die Farben kriegen, die da auch schon unterwegs sind, wie man hier sieht. Wo müssen wir hin? Hier sind wir mittendroff. Welcher Bahnhof ist das? Das ist der näher... Ja, genau da. Doch, das war hier unten schon richtig. Das ist schon Hardexen, ne? Hier muss ja jetzt die Farbe irgendwo liegen. Aber da nicht. Der Baumarkt sollte aber Farbe haben. Hat er auch. Jetzt ist die Frage, wie kommt unsere Farbe zum Dingens hin? Sag schon. Wie kommt unsere Farbe zur Verpackungsfabrik? Die Salze sind da hingekommen. Es wird beides produziert. Der Zug fährt schon wieder, oder was? Tatsächlich. Wer holt hier was ab? Flote Verpackungshersteller. 110 Tonnen. Ja, da musst du jetzt warten, bis der dann kommt, ne? Und dann weiter gucken, wo es lang geht, die Reise. Das können wir mal alles zumachen, glaube ich. Okay, er fährt jetzt mit nix durch die Gegend. Auch sehr schön. Das vergesst mal. Kohlekraftwerk können wir definitiv dicht machen. Das war hier. Jetzt die Kohle-Mine. Mal gucken, ob da irgendwie Salze schon liegen. Ne. Achso, ne. Jetzt, ich glaube, ein Schutt, ein Chemiewerk mach mal zu. Das hier ist ja der Richtige. Das ist ja die Kohle-Mine schon, Da gibt es noch kein Zeug. Aber die 120 Paletten Farbe sind halt unterwegs dafür, ne? Da ist jetzt ein Zug, der wahrscheinlich das mitnimmt, ne? Kann das sein? Ja, sieht so aus. Der bringt das nach Floto. Ja. Dann geht die Tour nach da unten los. Okay. Irgendwo gibt es da den Weg. Sehr interessant. Ja, komm, lass mal beide offen. Lass mal schneller laufen gerade. Er hat da oben jetzt, ne, der ist noch nicht am Zielort. Er hat nichts mitgenommen, ne? Nein. Leider nicht. Kohlekraftwerk hat noch was anderes. Und er ist, der hat noch die Farbe. Fährt der direkt hin? Der fährt ja wahrscheinlich direkt hin, ne? Ja, klar. Den haben wir ja extra neu gemacht. Genauso ist es. Okay. Das heißt, er liefert gleich die Farbe für uns an. So, hier gibt es jetzt Papier, Grundstoffgranulat, Stahl und dann auch die Farben und dann werden auch Verpackungsmittel hergestellt. Und das kriegt ja hier die Geräte- und Maschinenfabrik, die sich hier befindet. So, dann gibt es hier die Verpackungsmittel, aber dann fehlen uns noch die Bretter. Und der Stahl ist aber da. Müssen wir gucken, wie die Bretter da hinkommen, ne? Sägewerk. Das haben wir hier. Wo fahren die denn hin? Baumarkt-Lkw. Ah, das heißt, wir brauchen nur vom Baumarkt eine Linie machen. Warte, können wir gleich checken. Hier, von hier nach da muss da noch was gebracht werden. Und dann passt's ja, oder? Ist ja cool. Connections. Warte mal, das ist... Also, okay. Und Connections hier. Ah, da werden auch Bretter angenommen. Aber die kommen da nicht mit dem Zug hin. Ich glaube, das machen wir dann mit dem Lkw das bisschen rüberfahren dann, ne? Oder? Das ist ja ein kurzer Weg dann nur noch. Die stehen da hinten. Jetzt haben wir sowieso nichts zu tun. Von hier nach da, das ist nicht ganz weit. Das heißt, wir bauen hier in der nächsten Folge dann noch ein Port hin für Lkws zum Abliefern. Und dann fahren die noch nicht, verlängern wir die Tour zum Baumarkt, von dem Sägewerk zum Baumarkt nach hier hin zu vermieden, Schienenfabrik. Dann kriegen die das bis dahin. Dann passt das. Okay, und dann kann ich ja nämlich auch weiter ausgeliefert werden. Was bauen die dann? Die machen dann Haushaltsgeräte, die es neun Stück allerdings schon gibt. Also... ...stellt sich jetzt die Frage, was mit den Brettern ist. Wir sind halt null unterwegs, ne? Ja, kriegen wir hin, gehe ich von aus. Aber, wie gesagt, machen wir in der nächsten Folge. Falsche Taste, F5 war das. Ne, die 5 auf dem Nummernblock war das. Ich wollte aber gerade noch gucken, wie weit ist denn das hier runtergebrannt, auf Deutsch gesagt. Ja. Das heißt, 5.080. Gehen wir gerade ganz schnell noch nach oben. Und dann müsste ja hier oben gleich auch das ansprengen wieder, oder? Wir können das mal noch gerade einen Moment schneller laufen lassen, bis das auf unter 4.960 ist. Dann müssten wir sehen, dass hier gleich was wieder gefördert wird. Da können wir mal hier reingehen, dann sehen wir es noch genauer, oder? Kann das sein? Ach nee, das wird ja sofort auf den Bahnhof gegeben. Ah, da fängt es an. Fast also. Die nächste Tour, die er fährt, hat er dann schon wieder die Kohle dabei. Dann passt das. Und er ist hauptsächlich wegen der Kohle unterwegs. Ne? Wenn er hauptsächlich wegen der Kohle unterwegs ist, dann kann er auch mal irgendwann die Salze mitnehmen, gehe ich von aus. Das kann definitiv zu. Das auch. Das möchte ich jetzt offen halten. Und wie viel hat er? 290 Tonnen. So, jetzt lassen wir noch mal schnell fahren. Um zu gucken, wenn er wieder da ist. Er bringt definitiv nicht so viel dahin. Das keine... Doch bringt er doch, oder? Hier liegen jetzt noch 1.190 Tonnen und es werden nicht mehr. Das heißt, das Kohlekraftwerk ist gerade gefüttert. Kommen wir noch mal schnell dahin. Das muss über 4.900 haben, hat es auch und deswegen passt es auch. Lassen wir schnell fahren. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall mit Kohle wieder voll und bringt die da hin. Und gucken, ob das Kohlekraftwerk schneller nachfordert oder ob er schneller da ist. Das war ein falscher Bahnhof. So. Ich wollte ihn ja mal anhalten. Nein, er hat mehr gebracht, als es Kohle da drunter geht, glaube ich. Der Betriebshof ist voll, ja. Okay. Wir schauen da definitiv nächstes Mal weiter, wie es da so läuft mit diesem Zug und so. Die Kohle, die dann da zum Kraftwerk hinkommt und so weiter und so fort. Und das kriegen wir aber alles, denke ich, auf die Reihe. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Auge habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich es in diesem Video hochlade. Kommentare herzlich gerne und teilt das auf anderen Kanälen, und dann kriegen andere mit, dass es hier ein schickes Simotrans-Let's Play gibt. Da sind ja doch einige dann interessiert und naja, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.